Ni hao ni hao aus Taiwan. Rainbow Village, endlich angelangt mit dem Bus zum Sex. Schaut mal. Ein kleines Dorf. Mr. Wong hat ja alles bemalt. Die ganzen Häuserwände. Eine Stunde mit dem Bus von Taichung. Das geht schon mal. Und hier kann man sich verewigen. Haben wir auch. Wir sind hier. Und nun alles Liebe von den bemalten Häusern von Mr. Wong, dem alten Veteranen. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.